Na so zusammen, mich hier ist wieder Otschelaar und schon wieder für euch in Battle for S1 unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening-Video. Ich befinde mich mal wieder auf der Vindica und wir wollen heute gucken, ob wir durch Argonit ein bisschen Transmog gamblen können. Und ja, ich habe meine Charts ein bisschen weiter durchgelockt, habe noch ein paar gefunden, die Argonit haben. Und dementsprechend versuchen wir uns jetzt mal den ein oder anderen Umhang noch zu holen, denn da fehlen mir immer noch vier Transmogs von blöden World-Bossen, die man echt ein wenig beschissen bekommt. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal an, holen uns den ersten Umhang und drücken mir die Daumen, dass da der falsche Umhang drin ist. Na super, also das erste war schon mal eine Niete. Dann versuchen wir mal zu switchen. Ich habe hier auf dem Hunter auch noch ein bisschen was. Und zwar können wir uns da auch noch einen Umhang holen. Schauen wir mal, was da so drin ist. Enttäusche mich nicht. Hm, okay, da haben wir auch nichts gekriegt. Dann schauen wir gleich mal den nächsten Char noch. Dann kommen wir zum nächsten Char. Und auch hier haben wir wieder ein paar Münzen. Ja, zumindest einen Umhang können wir uns wiederholen. Das müsste Nummer drei sein. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Komm, gib mir jetzt mal einen von den seltenen. Hm, wieder nicht. Okay. Dann habe ich auf dem zweiten Account auch noch mal einen Char. Der hat fast zwei Umhänge könnte ich mir kaufen, aber um 16 Dinger geht es nicht aus. Das ist schade. Holen wir uns da noch mal einen Umhang. Aber mit diesen quasi Non-Leder-Chars farme ich jetzt keine Marken mehr. Erstmal will ich die Schuhe haben und dann kann ich vielleicht noch mal mit denen gucken. Also ich gebe jetzt nur die restlichen aus, die ich noch über habe. Und auch hier haben wir kein Glück. Es gibt einfach zu viele Umhänge, ne? Das ganze Game, das sind schon einige tatsächlich. Also hier komplett Legion, meine ich. Und weiter geht's. Jetzt habe ich noch einen Char gefunden, mit dem ich sogar mir gleich zwei Umhänge kaufen kann. Hier haben wir 1600 Marken. Da muss doch jetzt mal was dabei sein, ne? So langsam muss ich mal ein bisschen Glück haben. Die beiden setzen wir auch noch ein. Also einen World-Boss-Umhang brauche ich auf jeden Fall. Das war schon mal nix. Das müsste Nummer fünf und Nummer sechs sein. Und dann haben wir noch einen anderen Char. Und zwar hier den DK. Der hat wie viele Münzen? Uh, der kann sogar auch zwei Umhänge kaufen. Wo haben wir sie denn? Umhänge. Da haben wir sie. Nummer sieben und acht müssten das sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ne, also umskillen muss ich auch nicht. Es gibt ja manche Umhänge, die nur auf Int oder nur auf Agi funktionieren. Aber gut, mit dem DK kann ich da eh nix beeinflussen. Das wäre eher bei so einem Char wie ein Druid interessant. Aber Glück habe ich irgendwie keins, ne? Will irgendwie nicht. Naja, okay. Das ist anscheinend ein World-Quest-Umhang, den ich da gerade bekommen habe. Gut, die hauen wir auch weg. Und dann suchen wir uns noch einen Char, der noch zwei Umhänge kaufen kann. So, da haben wir dann doch noch einen Char gefunden. Und zwar hier der Mage. Der hat auch noch mal, wie viele Marken? 1420 Marken. Heißt, die zwei letzten Umhänge können wir uns noch besorgen. Zum Glück war ich damals in Leech mit einigen Chars anscheinend fleißig. Das lohnt sich jetzt. Halt, noch einen Umhang. Und jetzt nochmal Daumen drücken. Komm, bitte gib mir doch wenigstens einen von diesen Umhängen. Was mich gerade wundert, warum ich hier nur drei angezeigt kriege. Anscheinend ist das eine in den Melee-Umhang. Komm, 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 komm. Habe ich jetzt gerade zweimal den? Ne, die sehen nur so ähnlich aus. Ich habe wieder keinen Umhang gekriegt. Einfach kein Glück, Leute. Ich sage es euch. Ich suche mal weiter. Vielleicht habe ich noch irgendwo was rumliegen. Beziehungsweise mit den Leechars werde ich demnächst wieder ein bisschen hier die Dailies machen. Und mir Marken für die Schuhe farmen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Erfolg. Euer Tela. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.